Yo, hier ist euer Tampa6 und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Zum letzten Part haben wir ja Famedo besiegt und haben ihn Garnons Clown entrissen und ja, wir haben auch gleichzeitig Rivalis Sturm bekommen, also neue Fähigkeit von Rivali, die kann ich euch gleich dann mal zeigen. Ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, wie das geht. Und ja, aber bevor wir jetzt weitermachen, bevor wir jetzt zum Häuptling der Ohren gehen, will ich noch kurz sagen, was ich seit dem letzten Part alles gemacht habe. Also für mich ist es jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, weil ihr wisst ja, ich bin momentan in der Berufsschule, also das letzte Mal habe ich glaube ich vor drei Tagen gespielt. Aber ja, ich habe jetzt, wenn ihr jetzt gleich hier sehen werdet, ich habe richtig viele Schreine gemacht. Also ich habe insgesamt zwölf Schreine Offscreen gemacht, damit können wir uns drei Herzen oder je nachdem wie man will Ausdauer erhöhen. Also richtig krass, das werden wir jetzt auch gleich machen. Ich denke mal, dass ich mir drei Herzen holen werde, weil ja, wir haben jetzt nicht mehr, es sind zwei Titanen übrig und ich denke mal, dass die nächsten zwei Titanen deutlich schwieriger werden zu bekommen als wir die ersten zwei jetzt. Oder hoffe ich mal besser gesagt, weil die, ja, es war jetzt eh alles cool mit den Titanen, aber es war einfach auch ein bisschen zu einfach für den eingefleischten Zelda Spieler. Den haben wir ein bisschen leiser hier. So würde ich sagen, ja, werden wir jetzt mal die Upgrades holen. Ansonsten, ja, dann werden wir auch noch, ich habe ja auch genug, ähm, sollte ich genug Rüstung, äh, beziehungsweise sollte ich genug Materialien haben, für das, dass wir unsere äh, Rüstung, den, äh, den letzten Teil von der Rüstung upgraden können, weil sonst haben wir, glaube ich, das sind alle schon auf Stufe 2, genau. Ja. Und genau, ich habe hier noch ein bisschen Rüstung bekommen, seit wenig die Schweine gemacht habe. Also wie ihr seht, ähm, ich habe eine Isolierhose bekommen, dadurch hat man Elektroschutz, das ist richtig krass. Und dann habe ich noch die Kletterhandschuhe gefunden. Dadurch haben wir jetzt das zweite Teil vom, ja, vom Beschweinigungstemper beim Klettern. Also vom Kletter-Kopftuch. Und ja, würde ich mal sagen, jetzt holen wir uns mal die Upgrades. Ja. Wie schon gesagt, ich denke mal, dass ich nur auf Herzen gehen werde. Und ja, ich habe noch ein paar, äh, Orni gefunden. Orni, was laber ich? Äh, ein paar, äh, wo ist denn das jetzt? Ah, genau. Zwei Krok-Sammeln, das habe ich auch noch gefunden. Das werden wir in dem Part auch noch bei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, muss, nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall werden wir bei denen auch noch ein bisschen unser, ähm, in Wanda upgraden. Und dann noch unsere Rüstung. Also dieser Part wird ein bisschen Upgradings, eine kleine Upgradungsrunde sein. Bisschen dieser Part, besser gesagt. So. Auf jeden Fall einmal ein Herz. Jawohl. Weil Herzen sind, wie schon gesagt, mega wichtig. in dem Spiel. Jawohl. Dann haben wir jetzt zwölf Herzen. So. Dann nochmal Herzen. Ha. Das ist ein richtig cooles Gefühl. Noch ein Herz-Container. So. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal Herz-Container. Und dann beim nächstes Mal machen wir auf jeden Fall wieder mal Ausdauer, weil wir brauchen wieder ein bisschen Ausdauer, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Herzen. Die sind auf jeden Fall wichtiger. Oh, yeah. Ich bin für den Nach-Heidel-Zug. Das auf jeden Fall. So. Dann haben wir jetzt insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, wir haben jetzt insgesamt 14 Herzen schon. Das ist mega krass. So. Dann gehen wir jetzt zu dem Häuptling, der Orni und schauen, was er uns zu berichten hat, so schönes. So. Ich hoffe auch, dass wir den nächsten Mal die dritte Fanquelle finden werden, damit wir unsere Rüstung noch mehr upgraden können. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Wie schon gesagt, das habe ich keine Ahnung, ob die Rüstung jetzt nochmal nochmal upgraden kann, nochmal eine Stufe. Aber dann, dann werde ich ja mit... Moment mal. Das ist ein Mensch. Ich habe es gehabt. Das ist der, der Junge von Wind Waker. Der Junge, äh, Orni. So, dann müssen wir jetzt hin. Ich glaube eh zu ihm, oder? Ja, genau. So, Rakaneli. Oh, es freut mich, dich wohl aufzusehen. Ihr konntet Fameto tatsächlich bis hin flicken, nicht wahr? Aber was frage ich? Er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein erhabener Anblick. Die Legende besagt, er strahlt es dann mit die Verheerung durchdringen. Fameto wird nun von nun an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Ho, 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 ho. Ach ja, ich muss noch eine kleine Belohnung überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Truhe. Du willst sicher Verwendung dafür haben. Du übertriffst sämtliche meiner Erwartungen. Du stehst dem Recken der Hylianer, der vor 100 Jahren an der Seite von Raimede gekämpft hat, in nichts nach. Ja, weil wir das auch sind. Der einzige Unterschied ist das heilige Bandschwert. Man sagt, der Recker der Hylianer habe das heilige Bandschwert getragen, welches nun in irgendeinem Wald ruht. Oh, das ist ein Hinweis. Winter an Fameto. Geschafft. Jawoll. So. Bissige Garnon haben wir ja. Ich nehme mal an, dass das jetzt Revalis Bogen sein wird, weil wir haben ja von Mipha auch den... Upsi. Wir haben ja von Mipha, glaube ich, noch immer die Waffe. Genau. Ja, genau. Hier haben wir noch immer die Waffe von Mipha. Ich nehme mal an, dass das jetzt Revalis Bogen sein wird. Wir schauen, wie stark das ist. Adlerbogen. Ja, genau. Der einzigartige Bogen des Recken Revalis. Genau. Oh, der ist aber mega gut drauf. Okay. Ja, tun wir den Leunenbogen weg. Nehmen wir den Adlerbogen von Revali an uns. Ah, der schaut richtig cool aus, der Bogen. Jawoll. Moment mal. Schauen wir mal, wie cool dieser Bogen aussieht. Man sieht auch, dass er hier so eine Schlaufe hat. Das haben ja alle vier Recken, wie man schon gesehen hat. Wie man gesehen hat, haben wir das noch nicht, aber... Da hat man ja bei Mipha und Revalis gesehen, dass die auch so ein Band hatten. Das wird wahrscheinlich direkt noch auszeichnen. So. Jetzt haben wir die Mission erfüllt. Und ja, aber hier ist, glaube ich, auch noch Tepper. Ja, genau. Hier ist noch Tepper. Reden wir mal mit dem noch. Hm. Oh, der hat denn gerade ja, als ich den Adlerbogen waren vertraut. Das ist zu schwer, um es fliegen zu verwenden. Es würde mich viel zu langsam machen. Wenn ich gesaufen schnell und stark wie der große Revali wäre, sehe die Sache anders aus. Bei unserem Kampf gegen Meto konnte ich sehen, wie geschickt du mit dem Bogen umgehst. Deshalb habe ich ihm vorgeschlagen, dir den Adlerbogen zu geben. Du kannst sein volles Potential vielleicht nutzen. Möge er dich immer begleiten zusammen mit dem Geist der Orne. Nun denn. Meine Wunden sind geheilt. Sobald Thulin aufwacht, gehe ich mit ihm zum Flugplatz. Ich hoffe Thulin wird einmal ein Tüchtiger kriege wie der große Revali. Okay. Also den geht es auch wieder gut. Das ist sehr schön zu sehen. So. Dann kehren wir jetzt zurück. Oh, guck mal. Ich brauche die Karte. Warte. Achso, ja. Und ich habe hier ein paar Waffenteile. Ich habe hier ein paar Gebiete noch freigeschaltet. Und ich würde mal sagen, den nächsten Titanen werden wir den aufsuchen. Also das da unten wissen wir ja schon. Das ist der von den, nehme ich an von den Gerudos. Weil das ja dieses Wüstenvolk ist. Und ich denke mal, wir machen uns nichts aus dem. Der ist recht nah. Der haben wir sogar schon einen Schein gemacht. Da könnten wir uns sogar sogar hin teleportieren. Krass. So. Jetzt suche ich nur kurz den Ort, wo das ist. Ich werde jetzt als nächster mein Ding upgraden. Moment mal, wo ist denn das? Das muss glaube ich irgendwo hier sein. Ne, Blödsinn, das ist nicht hier. Sumpf. Da ist Kakariko. Okay, das ist da unten. Das ist glaube ich hier, oder? Ja genau, die Stahlbrücke. Da weiß ich ja noch, da bin ich damals richtig ausgerastet. So. Das Klasse ist, wir haben erst neun, neun Krok-Samen gefunden. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht wirklich auf der Suche nach denen. Keine Ahnung, ob sich das irgendetwas bringt, das könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Weil man kann ja nur seine Rüstungsdinger upgraden und seine Blattblitze, oder? Da ist schon wieder ein Blitzgewitter. Sind wir jetzt hier überhaupt richtig? Ja, da ist er ja genau. Oh ne, da ist schon ein Blitz. Mal ablegen. So, da ist er. Ja genau, Maronos. Oh, da treffen wir uns wieder. Ich möchte zurück zum Wald der Grox, aber ich habe mich verlaufen. Ich habe die Leute im Stall sagen hören, dass wir im inneren Hyrule sind. Oho. Dann muss der Wald der Grox ja noch weiter nördlich von dir sein. Und da ich schon mal einmal hier bin, kann ich auch jetzt bleiben und mich ausruhen. Ah, warte mal. Oho, dieser Geruch. Ich kriege dich da Krok-Samen. Du... Du hast Krok-Samen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir Krok-Samen gibst, vergröße ich dich zum Dank einer deiner Taschen. Jawohl. Was? Jetzt wieder zwei Krok-Samen pro Platz, oder was? Ja. Ja. Jawohl. Ein weiterer Platz. So. Na ja, machen wir Bogen auch. Machen wir alles einmal. Ah, jetzt ist es sogar zweimal geworden. So. Ein weiterer Bogenplatz. Sehr schön. Weidegröße, okay. So. Schild machen wir auch mal. Einen Krok-Samen haben sogar noch gar nicht drauf gerüstet. So. Na ja, das ist auf jeden Fall nötig, weil wir haben echt überhaupt keine Schildplatz frei sonst. So, machen wir das gleich nochmal, würde ich sagen. Wenn wir schon mal zwei Krok-Samen haben. Genau. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Jawohl, da können wir richtig viele Schilder jetzt schon aufnehmen, das ist cool. Okay, ich wollte jetzt eigentlich schauen, ob es jetzt drei kosten würde. Anscheinend doch. Oder etwa, ich weiß keine Ahnung. Ja, egal, würde ich sagen. Mehr viel Bad haben wir noch. Okay, ist eigentlich eh noch recht viel Zeit. Gut, dann kommen wir jetzt nach Kakariko zurück. Und tun uns da noch das letzte Rüstungsseil-Upgrade holen. Wir hören, denke ich mal, auch jetzt zu Impa gehen und wir berichten, dass wir bis jetzt zwei Titanen geschafft haben. Was ich dazu sagen wird. Also, wie ihr seht, langsam kommen wir gut voran in dem Spiel. So, Exer-Schild. Ich habe keine Waffe ausgerüstet, fällt mir gerade auf. So, die Elektro-Lanze. Obwohl, nein, nein, nein. Nehmen wir die Elektro-Lanze. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Ah, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Ich habe jetzt langsam angefangen. Ach ja, genau. Alter, das habe ich ganz vergessen. Also, wie ihr seht, ich habe hier auch die Bomben-Module aufgewertet und auch das Stasis-Modul. Ich kann jetzt auch Gegner, damit das cool ist, mit Stasis-Modul Plus kann man Gegner auch stunnen. Und ja, beim Bomben-Modul Plus ist einfach nur die Bomben-Wirkung größer, also die Explosions-Radius. Ja, ich will das mal fotografieren eigentlich hier. Rumi. Okay, was ist das für ein Vieh? Rumi. 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 So, Rumi. Also, wie ihr seht, ich habe hier auch ein paar Fotos schon gemacht, von ein paar Monstern. Aber jetzt auch noch nicht viele. So, würde ich aber sagen, wir gehen weiter. und rüsten unser letztes Rüstungsteil auf, damit wir 36 Schutz haben. Sind wir auf jeden Fall wieder gut aufgerüstet bzw. gut vorbereitet für den nächsten Titanen, denke ich mal. Sammeln wir das auch auf. Sofit-Karotten, Prinzessinnen entziehen, so meine Liebe. Ja, ja, genau, oh wir könnten so, was, das ist ja urleicht zum Aufrüsten. Die zwei haben nur 3 Exo-Forsöhner, ja genau, wir haben 9 Federbeißer und 6 Mob in Herzen, also wir können richtig krass aufmotzen. Vielleicht bekommen wir jetzt sogar so einen Plus, einen Bonus-Status, hoffentlich mal. Hülya-Beinschutz, jawoll. Ne, lieber nicht. Es gibt sogar noch mehr Feen, mehr war eigentlich eh logisch. Also eine gibt es mindestens noch. So, aber wir haben noch immer kein Ding bekommen, kein Plus, das ist krass. Also bis jetzt besser gesagt kein Status, wie zum Beispiel Klettertempo oder sowas. Aber vielleicht beim nächsten. So Leute, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Okay. Okay. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen zu Impa gehen. Und schauen, was sie so sagt. Da wir ja schon so viele Titane befreit haben. Ich schaue jetzt noch mal, ob sie in den Rüstungsladen etwas Neues haben. Vielleicht haben sie ja etwas Neues. Ich denke mal, dass doch nichts Neues kommen wird. So, da sind wieder Äpfel. Oh, da ist sogar Paya. So, was läuft denn? Okay. Schlaft sie oder was? Was hat das denn gerade? Da du dir erst auf die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist das auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Ich frage, ich es vergesse. Sollte ich dir das hier geben. Was? Reckengewand. Das ist dein Gewand, die Prinzessin behalte es mit mir. Was hatte es meiner Oput anvertraut? Du hast es einst erhalten, als du eine Recke geworden bist. Gehe sorgsam damit um. Hm. Was ist das? Du bist auf dem guten Weg, die Bitte der Prinzessin zu erfüllen. Indem du die Serie der Titanien befehlst, schrägst du gleichzeitig die Macht des Bösen. Ich bin sicher, die Prinzessin spielt, was du vollbracht hast. Deshalb nicht noch der Titan von Obois, den Obois auf dem Stamm der Garudan, befehligte. Auch den Titanien-Fahrer Rutanien musst du noch finden. Der Garudan Taruk befehligte ihn. Ja. Hm. Wie solltest du Hinweise zu dem finden, was dir noch bevorsteht? Du bist Seljas, nein Hyros, ganze Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folgt deinem Herz und fühle dein Schicksal. Jawoll. Neuer Zielpunkt bei Erinnerungsfotos. Okay. So. Aber da wir... Okay, hier ist die Mission. So. Ich würde sagen, den machen wir jetzt. Den machen wir jetzt hier. Den teleportieren wir uns mal dorthin. In die Nähe davon. Und ja. So. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Okay, 18. Ist eine gute Basis. Ich habe den Part sowieso ungefähr so eingeplant, dass ich jetzt in diesem Part nur so Sachen aufrüste. Und dann schauen wir weiter. Ah, das war richtig krass was mit 14 Herzen. Ich hoffe mal, dass diese Aufrüstungen uns was gebracht haben. Und dass diesmal... Wir haben ja... Ich habe ja einmal schon mal kurz hierher gesehen, also wo das Schrein hier ist. Da waren auch ziemlich krasse Gegner schon. Hoffen wir mal, dass uns das jetzt weiter bringt, dass wir jetzt so aufgerüstet sind langsam schon. Und ja Leute, ich würde aber sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Dann werden wir uns aufmachen zu dem Vulkan hier und den nächsten Titanen aufsuchen. Bleibt auf jeden Fall weiterhin gespannt. Bis dahin und weiterhin fantastische lange Leute. Tschau, tschau.